wenigstens haben wir eins dieser laprasse dann tummelt sich hier die hans pokémon auf meiner insel meister kampfen fähig levelball auf levelball so können wir nicht levelball wo kann man fangen lassen und unsere porsche decks vollkriegen Ich habe schon so ein Slowbro gefangen, nein. Dann holen wir uns mal kurz, ganz kurz Larm-Suppers ins Team. Unbedingt noch ein PC hierhin sein. Ein Labros, auch da. Ich kann eigentlich keine Dinge zum Team behalten, weil ich brauche die WT nicht zum Fliegen. Das kann man jetzt mit dem Wasser schwimmen. Die ganzen Türen, ja. Warte mal, können wir jetzt die Wassersteine abbauen? Tatsache, wir können den Wassersteine abbauen. Warte mal, komm her. Warte mal, komm her. Warte mal, komm her. Vielen Dank. 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 Oh, kann ich auch machen, das ist kaputt, das ist sehr gut. Nein. Oh, gar nicht so gut. Gar nicht so gut. Gar nicht so gut, gar nicht so gut. Machen wir machen. Mal, wir machen wir mal unseren Kurti weiter. Mal, das ist so gut. Okay, das ist so gut. Okay, das ist so gut. Mal, das ist so gut. Mal, das ist so gut. zu verkaufen. Mal, das ist so gut. 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 Ja, das ist so gut. Ja, das ist so gut. Okay. Mal, das ist so gut. 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 Mal, das hat der Kettenschutz. Mal, das ist ganz gut. Mal, aber du sagst ja gar nicht, ganz gut. Mal, das ist nicht so gut. Sehr gut, der Box muss ja schon noch aufbaut werden, dass offenbar alle 6.30 ungefähr gleich sind. Das ist in der Ansicht. 11 und 11.19. Die müsste ja Korti wohl schaffen. Es fällt eine Mondscheinsterbetroppe, ihr elenden kleinen Nidochinos. Es brennt, dass das mal vorkommt, Junge. Kapilz brennt auch, wunderbar. Oh, das ist ein großes Kapilz gespawnt. Oh, Nitroladum. Sehr gut. Dafür können wir Glut wegnehmen. Dann langweil ich auch schneller. Nice. Und Gott, wir brauchen nur noch ein Level, dann haben wir endlich. Tschüss. Oh Gott, dafür dieses kleine Kapilz da fertig machen. Oh Gott, wir brauchen Nitroladung einsetzen. Paralysiert. Was paralysiert mich denn für eine Attacke von denen? Wieder paralysiert. Was ist das für eine Attacke, die mich paralysieren tut, Leute? Ich muss doch mal aufpassen, was da einsetzt. Ich muss echt mal aufpassen, was da einsetzt. Was ist das für eine Attacke? Ich muss doch mal aufpassen, was da einsetzt. Was ist das für eine Attacke? Was ist das für eine Attacke? Was ist das für eine Attacke? Das war's Samplex. Ich Ermitt kleinesAnlie! Was ist das für einen estaban Ini? Ich gebe runter. tonight meinem Vater.